In diesem Video bekommst du von mir einen einfachen Drei-Schritte-Plan an die Hand, wie du deine Erektionsprobleme zuverlässig besiegen kannst und von heute an endlich wieder lustvollen und entspannten Sex haben kannst. Ich beschreibe dir mal folgendes Szenario und lege meine Hand dafür ins Feuer, dass du diese Situation auch kennst. Du bist mit einer Frau drauf und dran, Sex zu haben. Ihr küsst euch, ihr streichelt euch, ihr zieht euch aus und ihr werdet beide immer erregter und erregter. Ihr kommt an den Punkt, wo die Frau vor dir liegt, nackt ist und im Grunde mehr als bereit ist, endlich Sex mit dir zu haben. Und du willst es natürlich auch, klar. Aber gerade bevor es losgeht, passiert etwas, das dir die blanke Panik in die Augen treibt. Dein Penis macht schlapp. Einfach so, ohne Vorankündigung. Und die ganze Nummer ist viel, viel schneller vorbei, als sie angefangen hat. Und an dieser Stelle geht natürlich das Gedankenkarussell los. Was ist da denn los? Was ist hier schief gelaufen? Was stimmt nicht mit mir? Und unter innerlichem Höchstdruck versuchst du jetzt, alles in die Wege zu leiten, Gott und die Welt zu versetzen, um irgendwie diesen Penis wieder steif zu bekommen. Aber was du auch tust, es funktioniert einfach nicht. Und an dem Punkt ist deine Partnerin jetzt wahrscheinlich so ein bisschen verunsichert, weiß nicht genau, was sie machen soll. Und eventuell tröstet sie dich und sagt sowas wie, hey, das kann ja mal passieren. Aber was auch immer sie tut und sagt, du bleibst in einem Zustand der Geschocktheit und der Verunsicherung, bin ich jetzt kein ganzer Mann? Und der schlimmste Gedanke ist, dass jetzt immer so, bleibt es so. Und das Ding ist jetzt, wenn du hier wie die meisten Männer bist, dann machst du dir ab diesem Vorfall in der Zukunft jedes Mal, wenn du Sex haben willst, immer und immer wieder die gleichen Sorgen. Was, wenn das Ganze wieder passiert? Was, wenn mein Penis nicht hart wird oder mittendrin den Dienst quittiert? Was, wenn ich mich wieder blamiere? Und an genau dieser Stelle ist eben die ganz große Frage, was kannst du tun, um aus dieser Nummer wieder rauszukommen? Was kannst du tun, um in Zukunft wieder einfach eine zuverlässige und harte Erektion beim Sex zu haben? Und wie du genau das schaffst, genau das besprechen wir jetzt. Los geht's. Schritt Nummer 1. Kapieren, was das Problem eigentlich ist. Fakt ist, du kannst kein Problem beseitigen, wenn du nicht verstehst, warum dieses Problem überhaupt existiert. Und genau deshalb schauen wir uns jetzt hier in diesem ersten Schritt an, warum deine Erektionsprobleme überhaupt da sind. Was der Grund ist, dass du aktuell keinen Hoch bekommst. Das Problem bei den meisten Männern, die Erektionsprobleme haben, ist nämlich nicht das Alter, irgendeine Erkrankung, irgendeine körperliche Dysfunktion oder irgendeine Form von hormonellem Defekt. Das können natürlich Ursachen sein, diese sind aber vergleichsweise selten. Wenn nämlich ein ansonsten gesunder Mann plötzlich mit Erektionsproblemen zu kämpfen hat, dann ist es in den allermeisten Fällen eine reine Kopfsache, ein rein mentales Problem. Nur ganz, ganz selten ist das Problem bei Erektionsstörungen wirklich ein rein physiologisches Problem. Erektionsprobleme entstehen bei den meisten Männern auf der mentalen Ebene. Genauer gesagt sind es Dinge wie Leistungsdruck, Versagensangst, Anspannung, Nervosität und Stress. Genau solche Dinge sorgen zielsicher dafür, dass deine Erektion beim Sex schlapp macht. Kürzlich kam ein Mann zu mir ins Coaching, der das Problem hatte, dass er eben mit seiner Partnerin keine Erektion mehr bekommen hat oder häufig Schwierigkeiten hatte, eine Erektion mit seiner Partnerin zu bekommen. Und er war schon 45 Jahre alt, hatte auch selbst schon die Vermutung angestellt, dass es wohl am Alter liegt, war auch schon beim Arzt, hat sie auch schon die Viagras geholt gehabt und die waren im Grunde einsatzbereit. Jetzt haben wir ein bisschen über sein Sexleben gesprochen und er hat mir erzählt, dass seine Partnerin ja schon in der Vergangenheit viele verschiedene Sexualpartner gehabt hatte, dass seine Partnerin sehr experimentierfreudig im Bett ist und dass sie eben auch relativ hohe Ansprüche im Bett hätte. Und genau diesen Ansprüchen versuchte dieser Mann, der bei mir im Coaching war, immer und immer zu gerecht zu werden. Denn er wollte natürlich für sie ein besonders guter Liebhaber sein, er wollte seiner Partnerin guten Sex bescheren und er hat alles versucht, damit er genau diese Dinge für seine Partnerin erreicht. Und im Übrigen war es auch so, dass er sich ständig verglichen hat mit den Ex-Männern seiner Partnerin. Er hat geschaut, die haben das so und so gemacht und da hat sie irgendwann mal erzählt, dass der Ex-Mann das so und so gemacht hat. Und so baute sich dieser Mann mehr und mehr Druck auf. Und anstatt beim Sex lustvoll und entspannt zu sein, war für ihn Sex eigentlich eher so eine Art Leistungssport, bei dem er immer und immer wieder seine Männlichkeit unter Beweis stellen musste. Und so waren Gedanken wie, was will sie jetzt gerade, wie bringe ich meine Partnerin jetzt am schnellsten zum Höhepunkt, was muss ich tun, damit ihr der Sex jetzt besonders gut gefällt. Hoffentlich hält meine Erektion lange genug durch und was kann ich einfach tun, damit der Sex sie heute komplett vom Hocke haut. Das waren einfach Gedanken, die waren omnipräsent bei ihm, die waren vor dem Sex da, die waren während dem Sex da. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn wir solche Gedanken haben, wenn wir diesen Leistungsdruck spüren und diese Anspannung erleben, dann ist da einfach kein Platz für eine echte, authentische sexuelle Lust und Erregung. Denn, wenn wir Stress und Anspannung erleben, dann schüttet unser Körper Stresshormone aus, wie zum Beispiel Cortisol oder Adrenalin. Das riesige Problem an diesen Hormonen ist allerdings, dass unser Körper evolutionär darauf programmiert ist, bei der Ausschüttung dieser Hormone schnell die Erektion zu verlieren. So, warum ist das so? Unsere männlichen Vorfahren, die noch draußen in der wilden Natur lebten, die waren für ihr Überleben darauf angewiesen, dass sie innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde ja, kampf- oder fluchtbereit sein konnten. Ja, also wenn da jetzt zum Beispiel plötzlich ein Mammut in der Höhle stand, dann war das einfach sehr, sehr wichtig, dass die Männer sofort mental, aber auch körperlich, kampf- oder fluchtbereit sein konnten. Wenn unsere Vorfahren also Angst, Versagensangst, ja, oder Dinge wie Stress erlebten, dann war das ein Zeichen für unseren Körper, in den Kampf- oder Fluchtmodus überzugehen. So, und jetzt frage ich dich, hast du schon mal versucht, mit einer Erektion zu kämpfen oder wegzurennen? Ich sage dir, es ist keine gute Idee, denn es ist ziemlich schmerzhaft und es funktioniert auch nicht besonders gut. Und ganz genau deshalb ist deine Erektion ratzfatz weg, wenn du Stress, Anspannung oder Leistungsdruck oder Versagensangst erlebst. So, und deswegen kannst du dir im Grunde folgende Formel merken. Stress, Leistungsdruck, Anspannung und Versagensangst ist gleich Erektionsverlust. Wenn du also wieder eine zuverlässige Erektion haben möchtest in der Zukunft, dann ist es für dich wichtig, Sex wieder von einem Ort der Entspannung und von einem Ort der Selbstsicherheit zu erleben. Und jetzt sagst du dir wahrscheinlich, schön und gut, aber was kann ich tun, damit ich ab sofort keinen Stress mehr erleben muss? Und was kann ich tun, damit ich von heute an beim Sex wieder selbstsicher und entspannt bin? Und wie du genau das anstellst, das, mein lieber Freund, das besprechen wir jetzt in Schritt Nummer 2. Akzeptiere deine Gedanken und deine Gefühle. Jetzt, da du verstehst, wo deine Erektionsprobleme ihren Ursprung finden, geht es darum, genau da auch anzusetzen. Vermutlich befindest du dich aktuell in einem gewissen Teufelskreis aus Gedanken. Ja, das heißt, du machst dir vor dem Sex Stress. Dieser Stress sorgt dafür, dass du keinen Hoch bekommst. Die Tatsache, dass du keinen Hoch bekommen hast, macht dir nur noch mehr Stress, sodass du beim nächsten Mal, dass du Sex hast, dir noch mehr Stress machst. Du siehst schon, das ist ein Teufelskreis. Und es geht an dieser Stelle darum, einen Exit-Weg zu finden. Eine Exit-Strategie zu finden, um aus diesem Teufelskreis wieder herauszutreten. Und der erste Schritt bei dem Ausbruch aus diesem Teufelskreis aus Gedanken, ist es einfach, dass du zunächst einmal genau diese Gedanken akzeptierst. Was dem hingegen definitiv nicht funktioniert, ist, jedes Mal wieder aufs Neue, auf diese Gedanken einzusteigen und dir gemeinsam mit diesen Gedanken pure Panik und puren Stress zu machen. Ja, das funktioniert nicht. Was auch nicht funktioniert, ist, von heute an zu versuchen, diese Gedanken und diese Gefühle, die ab und zu aufkommen, einfach wegzudrücken und so zu tun, als wären sie nicht da. Was dann normalerweise passiert, ist, dass diese Gefühle und diese Gedanken nur noch stärker und nur noch mächtiger werden. Vielmehr solltest du diese Gedanken und Gefühle akzeptieren. Das heißt, wenn diese Gefühle und diese Gedanken von Leistungsdruck in dir aufkommen, dann akzeptiere die Tatsache, dass sie jetzt da sind und dass sie jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen da bleiben werden. Akzeptiere deine Gedankenspirale und schließe deinen Frieden mit ihr. In dem Fall von meinem Coaching-Klienten, von dem ich dir vorhin erzählt habe, war es so, dass er mal erst mal folgende Wahrheiten für sich verinnerlichen und akzeptieren musste. Auch wenn ich mal keine Erektion bekommen sollte, bin ich immer noch ein ganzer Mann. Ich kann es meiner Partnerin auch auf viele andere Art und Weisen besorgen. Ich brauche nicht unbedingt immer und in 100% der Zeit eine Erektion zu haben. Und ich verliere meine Attraktivität als Mann nicht, wenn ich mal keine Erektion bekomme. Ich verliere meine Attraktivität als Mann eher dann, wenn ich krampfhaft versuche, alles recht zu machen und meine eigenen Bedürfnisse beim Sex komplett vernachlässige. Und genau das Gleiche gilt am Ende des Tages auch für dich. Es geht darum, die Tatsache zu akzeptieren, dass du aktuell ab und zu keinen Hoch bekommst und es geht darum, einfach komplett deinen Frieden damit zu schließen. Denn umso mehr du das akzeptierst, desto mehr kannst du dich entspannen. Und umso mehr du dich entspannen kannst, desto schneller kommt auch deine Erektion, deine zuverlässige, starke und harte Erektion wieder zurück. Das Ding ist jetzt aber, wenn du diesen Weg des Akzeptierens erstmal beschritten hast, gibt es noch weitere Schritte, die du unternehmen kannst, um zügig aus dieser negativen Gedankenspirale herauszutreten. Und welche Dinge das genau sind, das besprechen wir jetzt in Schritt Nummer 3. Es gibt einige Methoden, die du unternehmen kannst, dass du schnell wieder auf die Spur der Entspannung und Selbstsicherheit beim Sex kommst. Und die besten Methoden davon, die stelle ich dir jetzt vor. Die erste Methode ist Kommunikation. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass du einfach offen und transparent mit deiner Partnerin kommunizierst und ihr genau mitteilst, welches Problem du hast, was dabei in dir vorgeht und wie du dich fühlst. Wenn du deine Gefühle und deine Emotionen kommunizierst und mitteilst, dann wirst du merken, fällt extrem viel Druck automatisch von dir ab. Du wirst dich viel, viel freier und entspannter fühlen. Darüber hinaus sind die meisten Frauen, was dieses Thema betrifft, unglaublich verständnisvoll und deine Partnerin wird dir versichern, dass es für sie überhaupt kein Problem ist, auch mal ein bisschen zu warten oder auch ab und zu auf deine Erektion zu verzichten. Und häufig tut es gut, solche Worte von der Partnerin auch einfach nochmal zu hören und es hilft einem auch dabei, nochmal zusätzlich einen gewissen Ballast an Druck einfach abfallen zu lassen. Denn wenn sie dir keinen Druck macht, dann brauchst du dir auch keinen Druck machen. Klingt logisch, oder? Mittlerweile gibt es auch schon gute Studien, die den positiven Effekt von der offenen Kommunikation in der Partnerschaft im Hinblick auf Erektionsprobleme wirklich belegen. Und by the way, es ist keinesfalls unsexy, als Mann deiner Frau, deiner Partnerin von deinen Ängsten und von deinen Schwächen zu erzählen. Was eigentlich vielmehr unsexy ist, ist immer den Harten zu markieren und immer so zu tun, als wäre alles gut, obwohl wirklich in deiner Innenwelt überhaupt nichts gut und überhaupt nichts okay ist. Und glaube mir, Frauen merken das ohnehin zielsicher, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du unsicher bist. Frauen haben extrem feine Antennen für diese Dinge und sie merken es ohnehin. Außerdem ist es extrem charakterstark und ein Zeichen von Männlichkeit, wenn ein Mann in der Lage dazu ist, offen über seine eigenen Gefühle und über seine eigenen Unsicherheiten zu sprechen. Wenn du den Sex weiterhin mit diesem Mindset beginnst, okay, das ist jetzt ein weiterer Versuch, endlich wieder einen hoch zu bekommen, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass du dir automatisch wieder anfängst, Druck zu machen. Nimm dir diesen Druck, indem du von heute an einfach anders an diese Sache herangehst. Du kannst dir zum Beispiel für den Sex in der Zukunft das Mindset anlegen oder dir selber sagen, sowas wie, jetzt machen wir erstmal nur rum, jetzt kuscheln wir erstmal, jetzt küssen wir uns, jetzt sehen wir uns einfach nahe und haben einfach Spaß zusammen. Es hat erstmal noch keiner was von Sex gesagt und wir müssen heute auch überhaupt keinen Sex haben. Fakt ist, ich brauche jetzt hier und heute nicht unbedingt einen Ständer, brauche ich nicht. Denn vielleicht bleibt es heute auch einfach nur beim Kuscheln, vielleicht ist das genau das, was ich heute will, einfach nur kuscheln. Wenn ich eine Erektion bekomme, dann cool, dann können wir eventuell auch Sex haben, aber wenn ich keine Erektion bekomme, dann ist es auch cool. Diese Form von Mindset nimmt dir enorm viel Druck raus und nimmt dir so diesen Erwartungsbogen, den du im Vorfeld vielleicht häufig aufbaust, bei dem du dir sagst, okay, jetzt haben wir gleich Sex und jetzt muss ich unbedingt irgendwie einen Hoch bekommen. Neben diesem Schritt, das Mindset zu verändern, gibt es noch einen weiteren Schritt, den du unternehmen kannst. Und den erklären wir jetzt in Methode Nummer 3. Die Holzhammer-Methode. Mach mit deiner Partnerin einfach für einen Zeithorizont von den nächsten 2, 3, 4 Wochen aus, dass ihr einfach keinen Sex mehr haben werdet. Ansonsten ist alles erlaubt. Ihr dürft euch küsseln, ihr dürft euch streicheln, ihr dürft Petting haben, ihr dürft ausgedehnte Vorspiele miteinander haben, ihr dürft euch lecken und blasen. Und ihr dürft alles machen, aber ihr dürft für diesen Zeitraum, den ihr auserwählt habt, keinen Sex haben. Und in diesem Moment gibt es für dich, in diesem Zeitraum, keinen Druck auf der ganzen Welt, überhaupt eine Erektion haben zu müssen. Es gibt für dich keinen Druck, denn du darfst deine Partnerin zwar zum Orgasmus bringen, aber nicht mit deinem Penis. Du kannst es mit den Fingern machen, kannst es mit der Zunge machen oder mit welchem Körperorgan auch immer, aber nicht mit deinem Penis. Das heißt, du brauchst deinen Penis nicht. Und der Effekt des Ganzen ist, dass sich dein Kopf automatisch in dieser Zeit komplett entspannen kann. Denn es gibt nichts zu befürchten. Und in der Zeit könnt ihr euch plötzlich auf ganz andere Dinge eurer Sexualität konzentrieren. Zum Beispiel, wie schön ist eigentlich Zweisamkeit, ohne Sex zu haben. Wie schön ist eigentlich so eine Zärtlichkeit, die über Sex hinausgeht. Und wie geil fühlt es sich eigentlich an, sich immer und immer wieder scharf zu machen, ohne am Ende den finalen Schritt zu gehen. Und glaube mir, mein Lieber, du wirst in dieser Zeit so viele knallharte Erektionen haben, dass dein Kopf irgendwann mal checkt, hey, es läuft doch, ist doch alles easy, ist doch alles gut bei mir, ich habe kein Problem. Und so wirst du merken, dass deine potenzielle Fähigkeit für den Sex, eine Erektion zu haben, relativ schnell wieder zu dir zurückkehrt. So, und abschließend möchte ich dir noch eine Sache mit auf den Weg geben. Entspanne dich. Das Thema Erektionsprobleme, Erektionsstörungen ist ein Thema, das total viele Männer heutzutage betrifft. Genau zum jetzigen Zeitpunkt gibt es allein in Deutschland mehrere hunderttausend Männer, die genau das gleiche Problem haben wie du. Du bist also nicht alleine. So, und abschließend hoffe ich sehr, dieses Video hat dir nicht nur gefallen, sondern es hat dir auch geholfen. Und wenn du sagst, jo, hat mir gefallen und hat mir geholfen, dann lade ich dich herzlich dazu ein, diesen Kanal zu abonnieren, denn du findest hier immer wieder neue Videos zum Thema besserer Sex, wie kann ich selbstbewusster und entspannter werden im Bett und du findest auch viele Videos mit weiteren Tipps gegen Erektionsprobleme und Erektionsstörungen. Checkt dazu am besten entweder dieses Video oder dieses Video aus. Dies sind sicherlich für dich auch ziemlich spannend. Und dann hoffe ich, sehen wir uns gleich im nächsten Video. Ciao, ciao.